wenn ich in das umstellen brauche ich das nicht mehr ja ich habe ich auch nicht so jetzt was brauche ich jetzt was habe ich denn von in das jetzt überhaupt noch hier gucken ja die brust wird mir noch von inners die brust fehlt mir noch okay kaktala gibt mir mal die brust hast nicht ein teil übrig dass das wir wollen können nee ich habe genau sechs teile und davon ist eins der daibo ach so das ist halt das blöde dabei glück ist in 6 so 23456 dingens wollte ich genau so auch keine bewegungsgeschwindigkeit mehr jetzt ist halt die frage was packen wir denn da am besten rein also boge des lichts kommt raus ja das ist quatsch da genau da kann ich nicht zyklonschlag auf jeden fall den lassen wir drin das finde ich ganz gut das finde ich gut zyklonschlag implosion so da nehmen wir weg der 100 fäuste rein assimilierung rasender angriff lassen wir so offenbarung machen wir hier rein und wüstenschleier es gibt ordentlich defensive dann wasser verbündete ok mantra vernichtung ok dann haben wir den haben wir drin schwung nehmen wir raus und den machen wir für bewegungsgeschwindigkeit und wir sind hier immer noch beim speeden so alles klar als messerschmitts könnte ich in q packen mache ich auch ich bräuchte den g um für den q um trägt man ja normalerweise wenn man nicht den daibo trägt also dann ja so messerschmitts in q so flop den da rein so die kugels boost boosts boots 1 2 3 4 5 6 muss ich im cube nehmen weil ich die brust noch nicht hat ja und die packt man weg die packen weg so soll man mal gucken ja läuft nein schon der zweite jorden jetzt nicht gefunden hat er ist ja schon tot ihr verlangt das unmögliche das werde ich nicht tun ihr verlangt das unmögliche da ja das ist nicht mühlich oh ist das gut Das werde ich nicht tun. Ja, jetzt fängt es langsam an zu laufen. Ja, ich muss doch den Ring mit reinnehmen, hier den Rechelsringen, um nochmal schneller zu sein. Aber dafür müsste ich den Zusammenkunfts-Elemente rausnehmen. Die Schwindigkeit ist mir jetzt erstmal egal. Und ich habe Kälte, Jordan, wie geil! Die Geschwindigkeit ist mir jetzt erstmal egal. Ach so, haha, da brauche ich den LOD-Gam ja gar nicht mehr, welche packe ich ineinander rein? Da muss ich erstmal ein anderer Game rein, das wäre ja alles Quatsch, sonst so ein bisschen Zähigkeit wäre gut. Da habe ich noch keinen drin. Okay, okay. Aber den pack ich erstmal da rein. Ja, ich habe, der Ding ist voll strecker und dann grün-gelb, also Gefangenen, der blablabla. Fangen, den geschlagenen Erber, dann gehen wir mal raus. Wieso, willst du hochstellen oder was? Ja. Ja. 16. 16? Ja. Einfach erstmal in den Rift reingucken, wie das schade ist, dann machen wir das Ding im Schatzportal. Ja. Und dann weiß ich, das ist so ein bisschen genau, was ich gerne. naja also muss man so ist läuft obwohl jetzt ist das natürlich der kühle und auch nicht rein haut klar naja zähigkeit ist noch ein bisschen ich habe wieder diesen weihrauchteile bekommen es ist unfassbar ja also wie gesagt wl hat auch gerade bis gerade eben auch echt noch echt gut schaden gemacht da kann man ja nichts sagen hier im problem können wir mal recht testen okay also ich habe auch noch einen normalen regnen können wir zuerst mal machen um zu gucken bevor wir das machen ja ja genau was ist mir da wissen wir wo die goblins bauen ja was mit basti eigentlich ist jetzt im drin spielt oder nicht sonst ich meine das wäre recht schade da wird nicht mitgliedet oder so was ich glaube der wird gerade gelevelt weil er ist schon 70 muss 176 paren ja dann können wir die noch gleich noch mit dazu nehmen oder die zwei oder zwei sind oder sowas für man sieht hat schon verrückt da bleibe ich nicht stehen aber hier gibt es doch endlich wieder vernünftig atem ja kann ich weiterhin versuchen die brust von inners zu kriegen amulett abenteurer intro sah ja schon nur als halbwegs ok ich habe ihn noch gar nicht gekriegt jetzt in dieser season also muss macht mir keine probleme augen grüner goblin pläne kippen kamsin habe ich schon gelesen das hätte beinahe weh getan aber da hinten nicht ein legendary egal dafür gehe ich nicht zurück oh noch ein goblin ist tot aber verbrauchsgegenstand nice ja weg gemeldet aus noch ein driver sieht wieder aus wie dingens glockendiver hier ja also am schien ja ich muss natürlich auch auf dem leser entlang gehen sehr intelligent noch mal am schien ein grüner da aber noch mal ich bin auch voll mit legendaries und plänen ich habe beide kame sieben pläne ich habe wächter plan habe ich gekriegt ich brauche ich nicht habe ich jetzt auch schon genug von ok pintos stolz namenmacher lungs kralle kann weg der drei muss nicht wirklich besser ein krümelchens so brust auf dem menno aber ich kann jetzt mal wieder upgraden das wäre die idee obwohl es gibt so viele genau upgraden was haben wir in der 100 ok vier mulette zweimal so ein guckos brust da ist sie ich habe sie brust wahnsinn in das brust endlich so da kann ich den drei wo nämlich wieder ausziehen was wesentlich geiler ist und dann ja dann erscheinende wut und zurückhaltung es geht in geom ach so ja in geom hast du ja nicht ne ne habe ich noch nicht aber es macht nix dann nehme ich erstmal andere uralte waffe welche hatte ich denn hier gerade eben gehabt einen geiferschlag brauche ich nicht aber ich hätte auch noch andere uralte waffen gehabt hier wo waren die denn da den frostherz mit 2,7 habe ich noch ist auch nicht doof ja alter ich habe fünfmal jetzt die sun vukos brust gekriegt ey oh mein gott ja ich schmeiß ich alles weg hier was wollte mit dem scheiß also ehrlich das ist alles quatsch so so das sieht doch schon wieder was ganz anders na Sebastian spielt ähm Barb Barb und mit wem mhm keine ahnung alter der ist 176 irgendjemand zieht den aber gewaltig und hä ja in seinem profil wird mir aber nur ein neun ding uns angezeigt zauber ja ist noch gar nicht aktualisiert wenn du auf profil gehst ja wir können erstmal normales klein und normalen flechtring machen ich habe zwei stück ja ja normal mal gucken wie das läuft zu zweit mal sehen genau da sind ja sowieso nur drei ach so noch mal verteilen noch mal jede menge da wissen wir wo die wo die spawn so 651.000 schaden habe ich jetzt hier mit der schallende wut ohne ingiom aber ich kann hier noch drei steine in die brust rein packen das wäre natürlich auch ganz gut so ich könnte ein bisschen rollen aber es ist hier doch egal muss auch so gehen hier ist sogar noch ein goblin gewesen aber er ist tot gold goblin noch ein gold goblin ich habe es 257 millionen gold da bin ich geprobt da deschen kannst du auf den treppen vergessen kommt was mit ihr steht jetzt sind oder instant wohl nicht ganz aber sie tut halt nicht so viel und von den begleitern das ist ja das geile daran gab es anders das hätten dann auch schon mal okay so haben wir gaben das sammler schon mal aber wieder was zum level das ist auch ganz gut ja lief doch eigentlich oder so was dann mal versuchen was den ohr halten wir wollen was sie noch dafür einladen oder nicht ja warte text sie mal an ich habe auch noch die rinde bei die gab ja auch noch so ab wie level eins ach es ist ja mehr ausfolgungsportal ja ich habe gesehen der hat barb aber die ganze zeit schon deswegen hat auch 176 paragon er ist nicht 70 er hat gerade erst sein char erstellt ach so dann ist das alles total verbuggt es dauert halt ewig bis das sich ändern aber weißt du was ich mache mal ein 70er jetzt kann ich das überhaupt machen jetzt schon 70 aufmachen ja genau so dann lehnen wir abgleich ja ich gehe raus ich mache dann mal ein und dann in gehrung als primal als 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 wieder gut machen ja ich mache die tür auf und direkt dahinter stehen irgendwelche penner schild sehr gut verbindung schreien da habe ich auch nicht nein zu ich habe es mir in eile schreien hier das auch schön das ist das griff des mees die meisten dingens oder primal und ätherische waffen wären auch jetzt geil bei dem job jetzt hier ja das wäre cool weiß auf einmal verbindung von boss bingo ich hätte jetzt gern kanalisieren oder sowas ich habe macht und verbindung für den boss ja da war das ja gez ich hatte halt an lucky level ja ja das ist ein schade und natürlich keine tierische waffe und dann schocken nochmal das gibt es doch nicht nee quatsch das andere das waffen set habe ich jetzt komplett schulter schutz schulter schutz oh nein so ein vuku ficken damn ja das ist der aschemantel in primal ja ich meine für ein vuel bild glaube ich wenn dann ja für vuel ist er grandios ja der ist allerdings halbwegs brauchbar aber so ein vuku schultern was soll ich damit ja unfassbar wo wo schießt du denn jetzt die chimpanzel da 70er in 2 39 aha ah ab in die halle der schande hier mit dir da ach und das sogar ohne begleiter ja ohne begleiter ich nehme mal die ich nehme sie mal mit dann machen wir hier betören wollen wir nicht hä das ist okay so das passt ja bei ihr hätte ich dann nämlich noch den duft der Zeit drauf gehabt ich Idiot ey Mann Scheiße ja absolut aber jetzt picken machen wir uns mal im tier den Ding ins den Flechtring geben wir mal ihn bei Kaktala ja achso Kaktala ja genau was nehmen wir denn jetzt ähm ach ja da ich Moment ich nehme jetzt das was nicht was nicht uralt ist ja ja Moment ich kann die Stiefel ja jetzt wieder anziehen weil ich die Brust ja jetzt hab genau jetzt kann ich die Stiefel nicht mehr oder doch doch ja nee geht ja nicht ich hab ja den Prunkring nicht ne 1 2 3 4 5 6 ja ja die Stiefel habe ich im Cube ja ja ok geht nicht anders und die Armschienen habe ich angezogen ist auch ok erst mal ja so was ist denn jetzt hier mit Bastl äh warte mal er hat es mir vorhin geschrieben genau ähm er herrlich schon weil du als Barb mit 180 Paaren gezeigt wirst und er sagt so ja genau Herausforderungsportal wer bitte spielt schon Barb diese Season freiwillig aber danke schreibt er ja also nee oder was also dann gehe ich mal davon aus ja dann nee sagt er denk ich mal ja warte ich schreib ihn mal an nächste Chance jetzt hat die Frage was brauche ich denn jetzt für den Inneres noch Waffe eigentlich ne Schwert aber Schwert ist halt Einhandwaffe ist halt völliger Quatsch zu machen aber jetzt kann ich die Sachen ein bisschen rollen schon mal dann kriegt man nochmal ordentlich so Handschuhe da gib mir doch mal Crit ey das gibt's doch nicht da 49% Bingo so mystische Verbündete Gürtel Gürtel lehmende Vogel kommt auch weg ja dann ziehen wir den eben auf 70 oder so ja natürlich kein Ding weil weil dann kriegt der ja auch halt deswegen der Tritt ist halt auch Quatsch aber dann müsstest du runter auf Qual 6 ja klar sonst kann er nicht kann er nicht join du 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 und reduzieren auf 6 ja nicht dass ich zu weit klicke hier das wäre blöd ach er fängt mit Mage an die Lusche äh hallo ah schönen guten Abend moinsing muss ich mal ein bisschen lauter machen sag mal was ich sag dir schönen guten Abend na Ben alles klar guten Abend na wie Luke 345 334 ja also jetzt geht's erst langsam los weil das Innerset jetzt komplett ist vorher haben wir uns echt abgemüht weil wir keine guten Drops hatten und sowas ja aber ähm jetzt geht's ab hier mit Inners das ist oh alter ja gut das ist ja auch Qual 6 ne ja gut okay ja okay ja ja also ich bin Instant 45 44 45 äh was warst du vorher 1 ok aha wie bist du jetzt so schnell keine Ahnung geiler Rift ja alter 1 Ebene 50 Level wo geht's nicht weiter ich denke mal irgendwo hier oben oder so oder ne hier ne hä ja doch hier oben oh ja genau genau willst du später auch irgendwann nochmal einen Monk spielen oder wie schaut das aus? ähm ja ich werde vermutlich alle spielen diese Season achso ja gut ja wegen ätherischen oder was ja 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 musst du nicht zwingend ja man kann es auch anders machen aber wenn man es trotzdem spielen möchte können wir es ja tun das muss ja nicht ne na na alter kanalisieren ist so geil ja ich will ihn hier oben haben ich will ihn hier oben haben hier liegen überall legis rum kommen gleich noch mehr zeit denn teleportieren ja ich lass die fersche liegen kannst du es oder wollen wir das noch bis zu ende spielen hier ja ich war nicht xp für ihn halt noch ja nicht immer heute neues rift bringt bringt uns halt mehr steine ja mr effizienz redet fast vergessen wie du das spiel spielt so jim wie viel hat er dich gehetzt heute gar nicht gar nicht ich bin eigentlich hinterher gekommen das aber eine schöne ebene hier oh ja weißt du macht es geil die brauche ich habe ich nicht ich wollte jetzt eigentlich zu machen war spaß machst du das ding zurückgeportet ah du idiot natürlich schon sehe ich schon legendary ein zweier ein schwert oder so hat ja du affe sagt er zeiten wir mal nicht so frech kann dir ein schar hochziehen später wenn du möchtest ach noch ein kanonisierungsschwein ja grün was was das ja du esel sagt und wieder der kleine schurke alter schwede den wir jetzt zum dritten mal hier liegt nichts hier ist auch noch ich denke mal war auch letzte ebene ja da habe ich mir schon gedacht hier geht das noch mal t t ja lange nicht mehr gespielt was ist echt so ich habe jetzt erst auf escape gehauen und dachte mir so nee oh alter guck dir das an mit zehn prozent abklicken geschwindigkeiten mit zehn prozent ressourcen kostenreduzierung haha ja nice und fast full geschicklichkeit ja nicht schlecht so 66 bist du so dann machen wir erstmal die hier weg ach so jetzt macht er nichts mehr ich bin jetzt nicht mehr bei 500 gekappt sondern bei 1250 jetzt ja jetzt kann man sich ein bisschen zeit lassen damit oh schönes ding bounty materialien aus der truhe werden die einzigen sein die ich diese season bekomme ja ich muss für die season reise ja einmal alle akte machen aber danach die für wächter ran 40 stück sachen musst du tun ja aber das kann ich ja woche für woche aus der herausforderung haben wir noch drüber gesprochen so ja sie sind schon immer aber was will ich jetzt für den geum geben ja ja ach ne ist ja kein erfolg ne unter zwei minuten ne bei t6 nicht muss glaube ich 10 sein oder so oder so oder die 13 ja ist doch keine keine herausforderung keine herrungenschaft diese season da ist er doch schon 70 wir haben genau drei stunden gebraucht was haben wir gesagt drei stunden aber halt mit unlucky gamble ja ja genau würfel und kadala sie ist jetzt kriege ich die in das hosen nochmal ich werde wahnsinnig aber in das kann man noch mal behalten für einen zweiten bild für t6 und einmal für pushen das ist gar nicht so obwohl kraft scheint kannst du glaube ich gar nicht anlegen er braucht ja in sachen fucking mage immer schön die meter spielen ja ja da hatten die mönche geh mal beten alter ach ich wollte ja mal gucken wie sein wie sein mönch heißt ups aber jetzt gehen wir wieder auf t16 ne ja ja william von b wieso william von b william von baske will eigentlich ach so das ist na 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 ja priester ne ja aber wovon woher kennt man den ähm äh baske will ist so dingens hier horror horrorroman oder sowas ne hitchcock nein aber film und und buch ist gut wer hat das buch nochmal geschrieben was ne nicht hitchcock nein wer hat nur der hund von baske will geschrieben nein ja aber das ist er nicht das buch hat geschrieben warte mal ah dieser ich glaub das war ein italiener äh äh belosconi ne da ist er genau umberto ecco hat den roman geschrieben umberto umberto ecco und äh william von baske will wurde in der verfilmung von sean connery gespielt ah auf gut deutsch der name der rose der rose ja so soll ich meinen normalen nochmal reinhauen hier meinen normalen ich hab auch noch einen normalen haha ja ok dann machen wir auch da nochmal gucken ob wir das hinkriegen jetzt zu dritt mit so nem leacher ja seid ihr alt ey ja komm hallo so die paar einzeln die gehen schon aber wenn wir dann gleich so 20 stück haben weiß nicht aber ich glaub schon weil die die ähm wasserverbündeten die suchen sich die halt auch ne also ja ja wir sind ja wie die zielsucher gehen ich glaub das kriegen wir schon hin so schnell wie es jetzt auch geht also das denke ich schon wir dürfen die türen bloß nicht aufmachen ja schon ist er wieder paragon 32 das gold einsammeln ach so und ich hab wieder eine goldhaut gekriegt noch nicht das sind auch also das hat er übrigens ein gold gem ja ja Ja. Und Gold. Und Loot. Und Gold. Oh. Ätherische Waffe. Ja, ich auch. Oh, ihr Schweinhunde. Oh, ihr Schweinhunde. Easy. Direkt weg, Bann. Ich weiß gar nicht, welche ich brauche. Ist egal. Ja, ich habe Bartok's Halsabschneider gekriegt. Drei. Drei. Pro Klasse drei. Aber ist egal, du ziehst halt die an, die du gerade findest. Aber ich habe erhöht den Schaden von Todesexplosion von explodierender Hand um 400% und sechster Sinn drauf. Das ist halt richtig scheiße. Ihr Basti, hast du ein Ding? Fuck. Ich habe die Waffe gefunden, die ich brauche. Mit Stärke und Geschicklichkeit. Zauberdruck, ja. Also mit 389% Explosionsschaden. Ja, ich werde das gegen meine, gegen meinen Frostherz austauschen natürlich. Dann passt das ganz gut so. Ah, okay. Aber vom Zauberdorn, nicht Dingens, das Auge. Ich habe... Da gibt es ja drei verschiedene. Es gibt den Oculus. Ich meine, ja, der Oculus ist, glaube ich, der der besten Slot. Ja, also für Firebird, ja. Ahnung, ich habe das Ding jetzt durchgelesen und ich denke mir so, wow. Ja, natürlich, du nimmst den. Aber wenn, dann nimmst du Dingens, Oculus. Hast du mir irgendwas geschickt, hast du gesagt? Von wegen hier hast du... Achso, da. Nee, das ist Haltabschneider. Hier, vom Schmied. Achso. Oh. Nemesis. Oh, yeah. Ich glaube, die kann ich... Kann ich... Prost. Nee, die kann ich nicht zerlegen. Die roll ich mir jetzt mal eben. Die kriegt mich einen höheren Crit drauf. Achso. Sag mal, bei den ätherischen Waffen, da kann man ja auch gar keinen Stud rerollen. Da musst du ja sogar eine Ramalatnis reinkloppen, ne? Ja, richtig. Oh, aber die ist eigentlich so scheiße gerollt. Die ist so kacke. Nichts, was ich hier gebrauchen kann, ey. Ja, aber achte mal auf deine Schalenzahlen, wenn du sie anlegst. Ja, ich bin jetzt bei 1,8 Millionen, schon klar. Aber beide Stats, beide Attribute sind halt scheiße. Also jetzt können wir auch den Uralten reinhauen. Ja, ja. Machen wir es sofort. Ich muss nur mit meiner Handschuhe hier rerollen. Aber das Geile ist, ich habe jetzt schon zwei verschiedene gefunden, ne? Ich habe nämlich die Jade-Klaue gekriegt und ich habe jetzt Barthooks. Also fehlt mir nur noch der dritte vom Monk. Ja, dann kannst du direkt einen neuen Charakter erstellen. Ja, genau. Vielleicht die nächste Klaue. Jetzt gar keine Zeit verschwinden. 40. Ah, ich lebe erstmal mit. Was habe ich da drauf? Zack, zack, zack. Und anlegen, ja. Bei den Paragon-Punkten in Abenteuer war der letzte Punkt unten schon immer Gold-Sammelradius? Nein, das haben sie geändert. Gold von Bonus. Ja, was haben sie geändert? Wann wurde das denn geändert? Ja. Äh, vorletzte Season, glaube ich schon. Ey, ist mir nicht aufgefallen. Nix, nix in, äh, Dingens, ne? Vielleicht ein Schaden bei dir. Bei mir? Ja. Ja, in der Gruppe, glaube ich, allgemein sollte man das lassen. Egal, was man da spielt. So, haust du rein in den doppelten, äh, doppelten Seinschuss? Hab ich. Ja, komm ich, hab ich. Geil. Zeigt mal, was er könnte. Sehr gut. Sehr gut. Mit seinen Dingens. Mit seinem OP-Gear jetzt hier. Ja, erstmal wieder durchsammeln. Ja, ich würde sagen, erstmal wieder klären, ne? Oh, Blutdieb, sehr gut, auch gut. Ja, definitiv erst klären. Vor jedem was abhaut. Noch Blutdieb, ägerischer. Oh, 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 oh. Das ist glaube ich auch einer. Ja, da sind noch so viele. aber ich bin ein bisschen voll was blutblitter angeht ja ist ja nicht schlimm ja ich gehe auch gleich zurück ja ich muss ja auch noch eine habe ihn habe ihn habe ihn habe ihn so alles noch mal blutsplitter lecker lecker ich bin schon voll ich die ätherische linien gegen seh ich schon wieder ganz viel kriecher so was haben wir den fokus habe ich gekriegt von schermer magier faust ich wusste nicht dass da noch was lag alles andere brauche ich nicht ist alles schrott zurück als portal genommen schattentöter getötete gegner versetzen den träger in raserei ist das nicht von schallende wut ja getötete gegner versetzen die träger in raserei steht bei mir auf der schöne gut drauf ja das heißt ich habe die schallende wut sozusagen bekommen als das ist doch geil hier ja aber das heißt da weg und ich muss was anderes nehmen was soll ich schuhe halt ne schuhe oder schultern die schulden gibt es ja nicht von ihnen das schultern gibt es nicht von ihnen das ne doch nicht ne schuhe heißt das nur noch aber mir fehlt auch noch eine zweite waffe dann hier für dein vol eventuell keine ahnung ja habe ich magie fraus habe ich glaube ich schon wurde mal ich habe caesars andenken bekommen das ist nicht so verkehrt jetzt habe ich diese ätherische und kann sie noch nicht nutzen so was habe ich noch mal ich könnte mir vier schwerter kräften eigentlich die hauskommanden sich nicht kräften oder gambeln weder kräften noch gambeln ich habe hier noch mal eine nemesis hingelegt ja richtig die nemesis pack ich auch mal gleich auf meine verzauberin hier bevor ich die wieder auswählen also in der stadt liegt noch eine nemesis davon ab wenn jemand ja das ist in der seite auch also er hat mir gerade schon mal einen ich habe ihm gerade schon einen gegeben also kann ruhig genommen werden best genade ist 869 ja ist auch ja aber der hat natürlich auch die ätherischen waffen und die anderen auch der zehn stück schon gefunden also ehrlich so seid ihr fertig können wir reingehen oder was ich bin durch ja ja du bist durch sowieso aber hallo gott ich frene ein aha ne jetzt habe ich falsch jetzt habe ich ihn eingefroren also da muss ich ja sagen dass die nicht uralte besser war vorhin weil ich da die ätherische rausgekriegt habe falsches ding für die verzauberin süchtiger wind was soll ich denn damit ich nehme es einfach mal ein oculus für den begleiter ich soll mal gucken wir das jetzt auf die 16 juli ein bisschen zähigkeit wäre doch ganz gut im geon war einander ja 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 so kommen gibt mir den geon nein wild holz natürlich hatte ich auch noch nicht genug da mal donnerkeil ein bisschen zähigkeit wäre doch ganz gut aber ich kann leider keine zwei auf einmal tragen ne das wäre glaube ich ein bisschen zu wild wie wird gefallen ja natürlich stein aber ich brauche auf jeden fall atem das geht aber gut wissen auf die zähigkeit wenn man da nochmal stein level dann vielleicht mit gold träger und so dann geht das wahrscheinlich auch alles ich habe einen würfel bekommen ja jetzt schon also überlegt dass man manchmal 800 paragon wartet bis man seinen ersten bekommt ja wir haben auch schon jeder zwei nur mal so wow da liegt es liegen items ein schwert na natürlich ist es nicht im geon hm ich muss ja erstmal über die map pushen das ist hier los hier unten war noch eine lite weil sie und noch was seht viel spaß das ist nicht möglich ich sehe doch irgendwas so nirgends wo mein stern sehr gut und zurück ich sehe auch keinen mehr na gut black thorns hose mit feuer drauf und uralt auch super für mein wol ja der klauer treffer mit gewitterfront aktivieren zyklonschlag und beide fertigkeiten verursachen 501 prozent mehr schaden boah das ist für ein gewitterfrontbild gar nicht mehr so verkehrt ja zu die massa brust naja zu machen ja oder ja ich bin durch tempel relikt der begleiter kann ich sterben schallende wut brauche ich nicht mehr doch schallende wut brauche ich unbedingt ist gut aber toll jetzt habe ich mir was gesagt ja ich habe jetzt dafür das ätherische alt ja und ein irrstein in uralt ein fokus und gar nicht mal so verkehrt jetzt auf jeden fall ein bisschen was drauf so ich meine wir können jetzt natürlich auch na gut Basti ich glaube T16 Bounties kriegst du noch nicht hin nein ja gut okay ich habe gar nicht dann lass mal so lange weitermachen bis wir einmal T16 Bounties kriegen wegen des scheiß Prunkrings ja da können wir hier erstmal große weitermachen T16 oder was nur auf 75 oder 90er 90er wäre aber ganz geil aber machen wir mal so ah ich habe Schmäher bekommen ah mit am Tagst will du nur mal den Guillaume anlegen wie Guillaume anlegen hast du das gekriegt oder was nein aber hier mit in Guillaume mit dem etärischen will ich anlegen sofort fertig ausgang ist hier links Alter das geht ja auch Flotti doch war klar ich habe ich werde die Sackgasse ach ich dachte es wäre so ein Quadrat wo du links rum läufst ich oben rum ja habe ich auch gedacht ein Vorkorner aber ne fast leider nicht herrlich und nämlich es wäre so ein Quadrat Wie viel Schaden machst du denn jetzt? Ich hatte gerade 2,5 gehabt. 800. Ich hatte vorhin kurz gebufft, irgendwas mit 1,2 oder so, was ich gesehen habe. Hier liegen 130 Splinter von mir. Sekündchen bitte. Einfach nie aufwerten. Ja stimmt. Obwohl, irgendjemand hat mal irgendwann schon so ein Ding geclosed und da haben uns alle so heftig gewundert gehabt. Oh, schwules Abenteuer. In Müll. Und Windrose auch in Müll. Naja, auf jeden Fall habe ich beide schon mal. Oh! Ätherische mit Ingeum. Ja, super. Wie geil. Ich habe auch wieder eine ätherische bekommen. Ich bin mir immer gespannt. Ja, GG. Schaden für eine Explosion. Gelte, Feuer, Blitz und Arkan. Fähigkeiten, mehr Schaden. 300% mehr Schaden für die Fähigkeiten des Zauberers. Holy shit. Das Ding hat... Ah, ist eine Zweihand, ist ein Stab. Okay. Ich bin schon gewundert, warum das fast 4000 Schaden hat. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, krass. Also... So, jetzt abgeben? Ich bin ready, ja. Ich bin ready. Ich bin ready. Ich bin ready. Vielen Dank.